Vor kurzem war ich im Kosovo, einem muslimisch geprägten Land mit einer katholischen Vergangenheit und einem berühmten Marienheiligtum der schwarzen Madonna von Letnica. Wir fahren durch die dicht bewaldeten Berge Kosovos, rein in den Ort rund ums Marienheiligtum der schwarzen Madonna von Letnica. Bestes Wetter, strahlender Sonnenschein und das Ziel, die Wallfahrtskirche, ist schon in Sichtweite. Der Wallfahrtsort schien früher gut besucht zu sein, doch heute sind viele der Gebäude rings um die Wallfahrtskirche verfallen. Doch der Ort ist voller Wunder. Aber seid gespannt, denn ihr werdet einen Brauch sehen, den ihr so noch nicht kanntet. Erstmal geht es in steilem Berg hinauf. Und dort ein Altar, ein Freiluftaltar und eine Marienstatue. Dort werden auch heilige Messen gefeiert. Und auch dort gibt es einen Brauch, den ich euch gleich mal zeigen werde, den ihr so bestimmt auch noch nicht gesehen habt. Wir gehen hin zum Altar. Nochmal ein kurzer Blick auf die wunderschöne Landschaft rund um die Wallfahrtskirche von Letnica. Bevor wir in die Kirche reingehen, zeige ich euch den Freiluftaltar und einen ganz besonderen Ort. Oben angekommen bietet sich dieser wunderschöne Ausblick. Rechts und links neben dem Altar sieht man zwei kleine Regale in der Natursteinwand, wo Kleidungsstücke und Kerzen drin liegen. Vielleicht erhofft man sich da einen besonderen Segen durch, dass diese Kleidungsstücke und Habseligkeiten dort neben dem Altar liegen. Die wunderschöne Kirche. Bevor wir hineingehen, möchte ich euch noch einmal einen ganz besonderen Ort zeigen, der wirklich voller Wunder ist. Es ist dort nämlich der Brauch, dass Frauen, wenn sie keine Kinder kriegen, diesen Ort aufsuchen. Es handelt sich dort um einen Stein, wo kinderlose Frauen sich drauflegen und der Überlieferung nach dadurch fruchtbar werden. Das ist eine alte Legende, die die Menschen dort für wahr halten. Und das bestimmt nicht ohne Grund. Aber jetzt gehen wir in die wunderschöne Wallfahrtskirche hinein. Eine Kirche, die von innen sehr schön aussieht. Engel, die heilige Mutter Teresa. Hinten seht ihr schon die schwarze Madonna von Letnica. Und der Altar. Und um diesen Altar herum gibt es einen ganz besonderen Brauch. Doch zuerst die andere Seite des Kirchenschiffs. So, jetzt gehen wir zum Altar. Der Tabernakel. Die schwarze Madonna von Letnica. Und hier gibt es den Brauch. Dass man hinter den Hochaltar durch einen Tunnel geht, wo man Gebetsanliegen an die Wand schreibt oder kleine Zettel hinterlegt. Der Brauch war mir sehr fremd. Ich habe jetzt auch nichts an die Wand geschrieben. Und ich war auch sehr überrascht, als ich die Leute hinter den Altar verschwinden sah und auf der anderen Seite wieder rauskommen sah. Ihr seht, dass dieser Brauch wohl wirklich gängige Praxis dort ist. Da die schwarze Madonna von Letnica. Hättet ihr dort euer Gebetsanliegen an die Wand geschrieben? Oder hättet ihr euch auch gescheut? Schreibt es mal in die Kommentare. Es ist auf jeden Fall ein Reise wert, diese Wallfahrtskirche im Kosovo in Letnica. Es ist ein wirklich sehr spiritueller Ort voller Wunder. Ich habe mich dort sehr wohl gefühlt. Und dort unter der Kirche entspringt wohl auch eine Quelle mit Wasser, dem man eine gesundheitsfördernde Wirkung nachsagt. Sogar eine heilende Wirkung. Und da habe ich mir auch direkt einen Schluck gegönnt. Ich hoffe, dieser Ausflug hat euch gefallen. Gottes Segen wünsche ich euch. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.